Ich bin hier zum Berufsberatungsgespräch. Scheiße, es ist heute und das ist schon was du machen willst, falls dein Abi schaffst. Ja, ich würde gern irgendwas mit Kunst machen, wo ich mich so richtig ausleben kann, vielleicht schaue ich wieder hin. Ja, kann ich mir total gut vorstellen, du, in so einer Kondomwerbung, hier kauft man es echt gut ab, dass du dich nicht fortpflanzen solltest. Raus. Ja, also meiner Unahme hat das Hauptsache die Tage, nicht wahr? Ja, genau, wenigstens siehst du gut aus. Nach dem Abi könne ich Förster werden. Mach doch irgendwas Soziales, da bist du voll gut drin. Also ich würde gern was Gutes für die Gesellschaft tun. Kannst du was Gutes für mich tun und gehen? Ich würde nämlich gern Mittag machen, außer ich treten wir da sowieso nichts. Hä? Also hast du nichts zu sagen? Dein Job scheint ganz korrekt zu sein. Ja. 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 Äh, die meisten haben es ja doch noch zu weit gebracht, diese Pfeifen. Selbst aus dir ist man die Worten. Wie läuft es eigentlich seit ich im Urstempel hin? Tja, du weißt ja, die Show muss weitergehen. Oh ja. Ich hoffe halt bloß, die benehmen sich hier alle. Keiner kotzt hier irgendwo in den Raum. Denn ich habe hier ja immer noch Unterricht. Ja. Hä? Was machst du denn hier? Ja.